Erst kürzlich habe ich es in einer Messe wieder beobachtet. Ein Kind, Grundschulalter, macht zu Beginn der Messe das große Kreuzzeichen. Ich muss lächeln. Der Kreuzgestus misslingt. Das Kind beginnt an der Stirn, dann meandert die Hand hinunter zur Brust, wo sie nach einigen kreisförmigen Bewegungen den Versuch endgültig abbricht. Ich atme tief durch und denke, da müsste man etwas machen um diesem Kind und vielen, vielen anderen das Kreuzzeichen richtig und nachhaltig zu lehren. Zufällig stoße ich auf ein Video mit Papst Franziskus, aufgezeichnet bei einer Audienz. Siehe da, er zeigt den Besuchern eigenhändig, wie er einem Kind beim Kreuzzeichen zugesehen hat. Dieselben fahrigen, unsicheren, seltsamen Bewegungen wiederholt der Papst. Das kenne ich. Und er spricht die Mahnung aus, das Kreuzzeichen den Kindern dringend zu lernen. Also, was gibt es da zu lernen? Es existieren zwei Kreuzzeichen. Das große und das kleine. Das große, der Gläubige, führt die Finger der rechten Hand von der Stirn zur Brust und von der linken Schulter zur rechten Schulter. Im Namen des Vaters und des Sohnes meint die Bewegung von oben, vom Himmel herab zu uns auf die Erde. Diesen Weg ist Jesus gegangen. Und des Heiligen Geistes Amen. Die horizontale Bewegung bedeutet, dass der Heilige Geist die Gläubigen zu einer Gemeinschaft zusammenführt. So einfach kann Dreifaltigkeit sein, wenn sie quasi am eigenen Leib erlebt wird. Aus der Schule weiß ich jedoch, dass das Nachahmen des großen Kreuzzeichens für die Kinder nicht einfach ist. Häufig machen sie es seitenverkehrt nach. Heraus kommt dann das Kreuzzeichen der Orthodoxen. Das kleine Kreuzzeichen wird mit dem Daumen der rechten Hand ausgeführt. Zuerst ein kleines Kreuzchen auf die Stirn, dann auf den Mund und schließlich auf die Brust. Ich bezeuge den Glauben an den dreifaltigen Gott in meinem Denken, in meinem Reden und in meinem Herzen. Das heißt in meinem Handeln. Die älteste Form ist das Kreuzchen auf die Stirn. Zum Beispiel beim sogenannten Muttersegen, der den Kindern zusammen mit Weihwasser gespendet wird, so oft sie das Haus verlassen. Taufe ich ein Baby, bekreuzige ich es mit Krisamöl auf die Stirn, ebenso wenn ich junge Christen firme. Das Christuszeichen segnet uns Menschen in jedem Lebensalter bis hin zur Salbung der Kranken auf Stirn und Hände. Helfen Sie mit, den Kindern dieses Zeichen ins Leben mitzugeben, ihnen den Glauben an den dreifaltigen Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, einzuverleiben. Es ist gut, Kreuze aufzuhängen, zu Hause oder in Ämtern. Noch besser ist es, das Kreuz über sich selbst zu zeichnen, um leibhaft zu spüren, ein gläubiger, erlöster Christ zu sein.